Kollegin Christina Schwarzer, CDU, CSU. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau definiert diese in Artikel 1 wie folgt. Jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau begründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau, ungeachtet ihres Familienstandes, im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Schaue ich mir diesen Artikel Stück für Stück an, wird zumindest es deutlich. Vom gesetzlichen Standpunkt her haben wir in Deutschland eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das ist eine gute Nachricht, eine wichtige Grundlage, trifft aber allein absolut keine Aussage wie die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter in unserem Land. Und das Übereinkommen geht mit gutem Recht noch einen Schritt weiter. Es verpflichtet die Vertragsstaaten zur Durchführung von Maßnahmen, die nicht nur die juristische, sondern auch die tatsächliche Gleichberechtigung von Frau und Mann herbeiführen soll. Diese Zielstellung ist richtig und wichtig, macht es für den Vertragsstaat aber selbstverständlich ungleich schwieriger, die gemeinsam angestrebten Ziele zu erreichen. Die Gleichberechtigung in der Wirtschaft, in den Medien, in der Öffentlichkeit, ja sogar in der Familie selbst, kann durch einzelne Regelungen oder Gesetze, Projekte oder Kampagnen forciert und gefördert, nie jedoch gänzlich herbeigeführt werden. Auch wird eine Diskriminierung im Zweifel unterschiedlich empfunden. Der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau berücksichtigt diese beiden Faktoren auch in seinen Stellungnahmen zum Bericht. Zum Beispiel, wenn es um die Geschlechtsstereotypen in der Öffentlichkeit vor allem in den Medien geht. Der Bericht erkennt hier klar an, dass die Bundesrepublik Deutschland, in der die Unabhängigkeit der Medien ein wichtiges Element einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, die Vermittlung eines positiven Frauenbildes nicht verlangen kann. Als Gesellschaft können wir dies einfordern. Das sollten wir auch dringend tun. Und Politik kann es durch viele Maßnahmen unterstützen. Die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein wichtiges politisches und gesellschaftliches Ziel. Und es ist in unserer Gesellschaft allgemein anerkannt, von traurigen Maßnahmen ausgenommen. Wenn wir alle, wie wir hier sitzen, mal rausgehen würden auf die Straße und ein paar Menschen befragen, ob sie die Gleichstellung der Geschlechter für wichtig und richtig halten, dann bin ich mir sicher, werden die meisten mit Ja antworten. Ich bin aber auch von Folgendem überzeugt. Würden wir die Menschen draußen fragen, ob sie in ihrem persönlichen Umfeld Frauen diskriminieren oder sich als Frau diskriminiert fühlen, würde ein nicht unbeachtlicher Teil mit Nein antworten. Das hat auch damit zu tun, wie wir ganz persönlich die Dinge einschätzen. Der Chef eines kleinen IT-Unternehmens, der den männlichen Bewerber einem weiblichen Gleichqualifizierten vorzieht, tut dies nicht mit dem erklärten Ziel, die Bewerberin zu diskriminieren, sondern vielmehr nur aus einem gefühlten Vorteil des Mannes heraus, den der Chef gar nicht so erklären kann, aber so empfindet. Die junge Mutter, die sich die familiären Aufgaben mit ihrem Partner so aufteilt, dass sie in den ersten Jahren die hauptsächliche Arbeit mit der Umsorgung der Kinder trägt, fühlt sich dadurch nicht zwingend diskriminiert. Doch summieren sich die vielen kleinen solche Beispiele, Frau Rawert, dazu bei, dass der Bericht bei uns in Deutschland eine strukturelle Benachteiligung der Frauen natürlich feststellt. Hierzu kommen die wirklich schlimmen Ausnahmen von Benachteiligungen von Frauen, wenn diese beispielsweise aufgrund ihres Geschlechts im Beruf ganz offen und gezielt benachteiligt werden oder zum Beispiel häusliche Gewalt erfahren. Dazu muss man aber auch Folgendes feststellen. Wenn ein Mann seine Frau verprügelt, dann haben wir es nicht mit einer strukturellen oder gar gesetzlichen Benachteiligung der Frauen zu tun, sondern wir haben es schlichtweg mit einem wiesen Typen zu tun, der eher ein Fall für den Staatsanwalt ist und nicht für die Gleichstellungsbeauftragte. Die heute schon vielfach angesprochene Lohndiskrepanz zwischen Männern und Frauen mag man nun die unbereitigte Zahl von 22 Prozent, den bereinigten Wert von 7 bis 8 Prozent oder gar die umstrittenen 2 Prozent des Instituts der deutschen Wirtschaft heranziehen, ist ohne Zweifel ein Thema, das wir uns annehmen müssen. Wir tun dies schon seit Jahren und viele Maßnahmen wurden heute auch schon genannt. Zum Beispiel das Elterngeld Plus, die Frauenquote in der Wirtschaft oder der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Warum wirkt das Elterngeld Plus so gut? Ein Teil des Gender Pay Gap lässt sich darauf zurückführen, dass Frauen gesamtgesellschaftlich betrachtet die Hauptaufgabe bei der Kinderbetreuung stemmen. Wir sind hier auf einem sehr guten Weg, die partnerschaftliche Aufteilung bei der Kinderbetreuung stärker den Wünschen junger Familien anzupassen. Väter wollen nämlich mehr für ihre Kinder da sein. Zahlreiche Studien belegen dies. Mit dem Elterngeld Plus unterstützen wir sie dabei. Das hat auch selbstverständlich positive Auswirkungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Um es etwas salopp zu sagen, wenn der Chef nicht einschätzen kann, ob eine potenzielle junge Mutter oder ein potenzieller junger Vater das Ausfallrisiko im Fall einer Familiengründung ist, wird er womöglich bei der Besetzung eines neuen Postens kein Geschlecht bevorzugen oder benachteiligen. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz sowie der maßgeblich vom Bund finanzierte Ausbau der Kinderbetreuungsplätze sind ebenfalls dazu geeignet, eine schnelle Rückkehr von Frauen ins Erwerbsleben zu fördern, soweit sie denn wollen. Wenn wir also konstatieren, dass bereits viele Schritte getan sind, es noch ein gutes Stück Weg hin ist, bis zu einer reellen Gleichberechtigung von Mann und Frau, viele in unserer Gesellschaft dies aber in ihrer täglichen Lebensrealität nicht empfinden oder zumindest als weniger dringlich einstufen, ist es mir wichtig, die Problematik noch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Der Bericht bezieht eindeutig auch Deutschlands föderale Struktur, seine 16 Bundesländern mit rund 11.000 Kommunen und die sich daraus ergebenden Aufgabenstrukturen mit ein. Machen wir folgende Überlegung. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor für die Lohnlücke ist die Berufswahl. Wir finden Frauen häufig, und Frau Dr. Reimann, Sie erwähnten das, in schlechter bezahlten Dienstleistungen wie der Pflege, im Einzelhandel oder in der Kinderbetreuung. Männer dominieren in besser bezahlten Berufen und bei Vorstandsposten. Die Grundlage hierfür legen wir in der Schule, in der Ausbildung und im Studium. Lassen Sie uns einen Blick in die Klassenräume und in die Hörsäle werfen. Deutsch-Leistenskurse, mehr Mädchen. Informatik-Wahlfach, mehr Jungs. Ausbildungsklassen zum Fachinformatiker, auch hier sind die Jungs in der Überzahl. Frauen in Maschinenbaustudiengängen, der Anteil der Frauen steigt, aber liegt immer noch zurück. Sozialwissenschaften, auch hier dominieren die Frauen. Dass wir im Bereich IT ein Bildungs- und Ausbildungsproblem haben, stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich Schülergruppen zu Besuch habe. Von den Mädchen, aber auch die Jungs erzählen das auch oft, da hält sich die Begeisterung für den Informatikunterricht arg in Grenzen. Es scheint, als müsse man schon eine große, große Begeisterung für diese vermeintlich langweiligen Dinge mitbringen, um eine Leidenschaft für dieses Thema zu entwickeln. Was ich damit sagen will, eine wichtige Grundlage für weniger Diskriminierung am Arbeitsmarkt und damit bei den Löden legen wir mit unseren Lehrplänen und mit unserem Bildungssystem. Und damit sind wir dann beim Föderalismus und bei den Ländern. Wenn wir wollen, dass sich diese Form von Männern und Frauen überhang in bestimmten Berufsgruppen ausgleicht, dann müssen wir in unseren Kindern verschiedene Themen von Anfang an strukturiert beibringen. Aber das reicht noch nicht allein. Wir müssen unseren Schülern die Dinge auch richtig beibringen. Soll heißen, kindgerecht. Einige müssen aufhören, Folgendes immer wieder zu verneinen oder als unsäglich zu brandmarken. Mädchen und Jungen lernen tatsächlich unterschiedlich. Das heißt vor allen Dingen, MINT-Unterricht muss nicht nur kindgerechter, sondern auch individueller werden. Das ist nicht nur wichtig bei den Mädchen und Jungen selbst, sondern auch für die Wirtschaft. Die Studienergebnisse des Trends Schülerbarometer 2015 zeigen, dass sich besonders Jungen mit knapp 30 Prozent eine Ausbildung im technischen und mechanischen Bereich wünschen und nur 11,9 Prozent eine Ausbildung in der Informatik anstreben. Nur zwei Prozent der befragten Mädchen interessieren sich hingegen für eine entsprechende Ausbildung. Auch bei angestrebten Studienrichtungen lassen sich Unterschiede bei der Beliebtheit seitens der Geschlechter feststellen. Während rund 11 Prozent der befragten Jungen ein Informatikstudium beginnen wollen, sind nur 0,8 Prozent der Schülerinnen daran interessiert. Klar ist, diese IT-Berufsgruppen brauchen Mädchen und Frauen. Die reelle Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt ist nicht nur ein Instrument der Frauenförderung, sondern auch der Wirtschaftsförderung. Neben den heute schon vielfach angesprochenen Schritten beim Elterngeld, bei der Quote, bei der Rückkehr von Teilzeit zu Vollzeit und viele mehr, ist das diesbezügliche Fitmachen unseres Bildungssystems meines Erachtens der wichtigsten Maßnahmen, um das gemeinsame Ziel von der Lohnlücke, heute vielfach schon besprochen, zu erreichen, damit wir den Equal Pay Day künftig, liebe Ulle Schaufs, auch an Silvester feiern können. Für Bündnis 90